Musik Ich bin Matthias Korn, ich mache Metallbau Konstruktionstechnik im Aufsichtsbau in Trier und da bin ich jetzt im Sommer ausgelernt als Geselle. Als Metallbauer ist man für verschiedene Aufgaben zuständig. Bearbeiten von verschiedenen Metall, einerseits Stahlbau oder Edelstahlbau, die feineren Kabinen oder das Schweißen, Schleifen, Bearbeiten von Stahlträgern, sage ich jetzt mal ganz grob. Also mir macht das im Gesamten eigentlich alles Spaß, halt mal was zu schweißen oder so, aber dann auch wieder feine Sachen zu machen mit Blech, wo ich dann Edelstahl bearbeiten kann, sage ich mal. Ja, da ist eine elektrische Türschließanlage, die werden wir ausprobieren, da werden wir Testspray reinsprühen weil es eine Brandschutztür, die soll dann im Notfall halt, wenn dann der Rauch kommt, zuschließen und den Abschnitt dann halt abtrennen, damit das Feuer nicht weiter im Gebäude sich ausbreiten kann. Wenn Sie noch Fragen an mich haben, ich bin am Sonntag, den 31. Mai, hier am Tag der Chance Handwerk auf der Handwerkskammer und da können Sie mir gerne Fragen zu meinem Beruf, Metallbauer, eine fache Konstruktionstechnik stellen.